Unten rechts, bitte schneller drehen an dem runden Ding hier unten. Ja, die Basis hängt ein bisschen hintendran mit Dr. Füllmich, Dr. Köhnlein und Viviane Fischer. Auch wir 2020 EU, Eva Rosen, Romberg und Sucharit Bhakti, der ja nur externer Berater ist, aber sozusagen hängen hintendran. Denn am Ende nützt auch alle Prominenz nichts, wenn man mit der Arbeit am Parteiprogramm, das ja dann auch noch von der Basis abgestimmt und verabschiedet werden muss. Und konsensiert werden muss und diskutiert werden muss. Wenn dann kein gutes Parteiprogramm da ist zu den ersten Landtagswahlen Anfang des Jahres sozusagen, dann wird das nichts mit 30 Prozent, 20 Prozent. Denn die Leute vergeben ihre Stimme nicht nur an eine Themenpartei, sondern an eine Partei, der sie zutrauen, innerhalb von vier Jahren das ganze Land besser zu gestalten. Ja, und da ist jetzt eben wir 2020.de natürlich sehr weit vorgeprescht, indem sie ja schon schon mittlerweile zehn Stunden Sendungen, Material an Sendungen vorliegt. Und jetzt auch sogar, dass das Format durch die Sender, durch den ersten Sender eröffnet wurde, sozusagen. Das heißt, das Arbeitsformat steht fest, das neue Format, das neue Sendeformat steht fest, sozusagen tödlich. Und das ist jetzt das Format, in dem herzlichst eingeladen sind, alle Parteien mitzuwirken und alle externen Reformer. Also wir, Thema war ja in der ersten Tour, TTDS 1 war ja gewesen. Und wie gesagt, es ist ganz schön frisch hier. Ja, wir haben hier in dem Raum, weil wir ja gesundheitsbewusst sind, nur zehn Grad, zwölf Grad. Ja, weil das gilt ja das Gesetz, wenn Sie gesund leben wollen, müssen Sie ständig das Fenster offen haben, möglichst sperrangelweit offen. Und das ist bei zehn Grad draußen, ist schon sehr sportlich. Und man merkt so ein bisschen mal Niesen, auch wenn es jetzt zum ersten Mal ist, kommt da vor. Also halten Sie immer Ihr Fenster offen, denn die Gifte im Wohnraum vergiften Sie sonst. Denn die Außenluft ist zwar schon giftig, durch die Auto- und Heizungsabgase und so weiter, aber die Wohnungsgifte sind noch viel größer. Deswegen immer offenes Fenster, auch wenn man dann mal niesen muss. Ja, also, sozusagen, bis jetzt als Experten werden, externe Reformen werden thematisiert, Gemeinwohlökonomie, bedingungsloses Grundeinkommen, Economy for Mankind und Next Scientist for Future, beziehungsweise Weltrat. Und wie gesagt, die Basis und also im Prinzip gestern nochmal ein E-Mail-Briefwechsel mit die Bewegung Blau. Aber ich fürchte, das ist keine Ernst, wird keine ernstzunehmende Partei am Ende sein. Und auch von den Föderalen hört und sieht man nichts. Also, das wird wohl nichts werden. Also, wird sich alles auf den Dreikampf oder die Dreierfusion beziehen? Also, mir wäre ja die Fusion am liebsten, die Basis, wir 2020, EU und DE wieder alle vereint. Aber ich fürchte, naja, wie gesagt, wir beraten, wir helfen gerne allen drei Parteien. Und am Ende wird sich sowieso bei der ersten Landtagswahl oder Kommunalwahl wird sich sowieso rauskennzeichnen, wer ist der Gewinner? Und dann konzentrieren wir unsere Hilfe ausschließlich auf den Gewinner, weil es hat ja keinen Sinn, wenn die Parteien sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Und dann sagen wir hier offiziell, bei den und den Parteien stehen wir nicht mehr als Reformierer zur Verfügung. Bitte, jede Wahlstimme an diese Partei ist dann verloren. Und dann werden hoffentlich alle vernünftigen Wähler dann sagen, ja gut, dann kriege ich keine kompetente Reformierung Deutschlands mehr und dann darf ich auch diese Partei nicht mehr wählen, sondern nur noch die, wo die Next Scientists for Future dabei sind, als die Reformer, die externen Reformer. Ja, wobei ich nicht vorgreifen möchte, denn die Gemeinwohlökonomie ist noch im Rennen, die Bedingungsloses Grundeinkommen ist im Rennen, die Ökonomie von Männlichkeit. Also es wird sicherlich auch sowas geben, wie vielleicht unter sechs externen Reformern, also die Parteien sind ja aufgerufen, die weltbesten externen Reformer sozusagen zu sammeln, zu dieser Tour durch die Sender, ja, drei Parteien, sechs externe Reformer, eine Moderation und los geht's. Und dann aber richtig Butter und Redezeit Uhr und dann Butter bei die Fische, ja. Und da Sie ja die Sendung immer noch nicht schauen können, weil sie noch im Schnitt ist und wir unseren Schnitt noch nicht veröffentlichen dürfen, selbstverständlich, kann ich nur so die Nachlese jetzt machen, die ich sowieso mache, die Nachlese. Und dadurch kriegen Sie schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was überhaupt Thema war bei der Tür durch die Sender 1, der TDDS 1, ne? Ja, also das ist das neue Format. Drei Parteien, sechs externe Reformer, entweder Fusion oder wer bleibt am Ende übrig und welche Berater, ja, auf welche drei Berater oder so konzentriert sich am Ende die neue große Volkspartei der Mitte-Links sozusagen. Und die Farben sind nicht zufällig. Ich empfehle dringend der neuen Volkspartei, wirklich sich Mitte mit einer kleinen Brise links zu positionieren, Boden ständig links, realistisch, vernünftig, hochsozial, aber nicht gewagte Experimente, kein Chaos, keine Attacke und so weiter, sondern sanft, behutsam, friedlich, liebevoll, aus allen Menschen eine Gesellschaft formen, keine Feindbilder aufmachen. Und damit sind wir schon bei der ersten Tour durch die Sender, nämlich dort war das ein großes Thema Attacke, Abteilung Attacke versus Versöhnung. Versöhnung. Der Weg der Next Scientist for Future hier und des Weltrates ist Versöhnung, liebevolles Umgehen mit der Politik, mit den Lobbyisten, mit den Unternehmern. Und die Tendenz von Economy for Mankind war doch deutlich immer wieder gesagt, Abteilung Attacke, Attacke sozusagen rauskicken, Rauskicken der bisherigen politischen Geschichte und so weiter und Abschießen, solche Worte sind gefallen und so weiter. Und ja, und wie gesagt, also das ist jetzt der Gang und jetzt geht's los hier. Also, oh ja, Fehler vom Amt. Dann geht's mal los hier mit den Notizen. Sie merken es übrigens auch, im Moment steht die wissenschaftliche Tagesschau nicht mehr an, weil der Weltrat und die Next Scientist for Future ja eine Aufgabe gefunden haben, nämlich jetzt den Kanzler zu machen, die Kanzlerin zu machen. Also, und 56 Prozent ist ja das, was jemand, der den Weltrat vertreten hat, in einer simulierten Bundestagswahl erreicht hat, mit den Weltratreformen, mit den Next Scientist for Future-Reformen, ja. Und, und sozusagen, und davon wollen wir natürlich, dass die Partei möglichst viel erreicht. Mit 28 Prozent, also genau der Hälfte von diesem Testwahlergebnis, kann man den Kanzler stellen, mit 20 Prozent in einer Koalitionsregierung mitregieren. Aber wenn man auf die Attacke setzt, wird das alles scheitern, weil niemand wird mit einer Partei koalieren, die sozusagen auf den Politikern, den bisherigen Politikern mit Attacke begegnet. Das wird, da wird das keine Koalition geben können. Ja, und das Prinzip ist ja die andere Seite hören, ja. Was ist bei der Basis los und bei wir 2020 EU? Wo hört man die andere Seite, ja? Wo hört man die Experten und die sich widerstreitenden externen Reformer, die seit 50, 40, 30, 20 Jahren sich über neue Konzepte Gedanken machen, ja. In all diesen Reformkonzepten stecken Jahrzehnte der Arbeit. Bei den Next Scientists for Future sind das ja genau genommen 52 Jahre Arbeit. Und die Idee, darauf verzichten zu können, vielleicht dadurch, dass die Basis schlauer sei und 52 Jahre Arbeit einfach so kompensieren könnte und einfach selber mal so innerhalb von ein paar Wochen schaffen könnte, da fürchte ich, das könnte eine ganz große Illusion sein, die dann schon das vorzeitige Aus von die Basis dann am Ende bedeuten würde. Und bei wir 2020 EU hatte ich doch schon den Eindruck, dass man durchaus die externen Reformer gerne hinzuziehen möchte. Nur leider ist es noch nicht geschehen. Ich hoffe, dass sie dann zu den nächsten Tour durch die Sendersendungen dazukommen, zu den nächsten TDDS-Sendungen, ne. Und ja, dann fange ich mal an hier. Also, die Nachlese. Also, ich hoffe, ich mache sie dadurch dann noch neugieriger auf das, was sie in diesem Duell, in diesem Vierkampf erwartet. Also, ist denn im Prinzip war es ja nur eine, leider nur eine Partei, keine drei Parteien, eine Partei, aber vier externe Reformer wurden thematisiert wenigstens. Ja. Ach so, noch mal kurz der Hinweis, dass ja morgen der Auftritt von Next Scientist for Future um 19 Uhr beim Wahrheitskongress ist. Bitte nicht verpassen. So, dann Economy, Economy for Mankind, Schluck Wasser. Die ja sozusagen auf der Homepage von wir2020.de sind ja zwei Sendungen von Economy for Mankind produziert. Insgesamt gibt es mit dem Logo von wir2020.de schon fünf Sendungen, die also die Gunst auch des Vorstands gefunden haben, zumindest als Diskussionsbeitrag die Gunst gefunden haben. Also, Economy for Mankind ist in der Diskussion gut dabei und das freut mich auch. Wir hatten auch Sendungen gemacht mit Economy for Mankind, weil es ja für jeden Wissenschaftler wichtig ist, mit Andersdenkenden zu diskutieren, zu streiten und so weiter. Und von daher ist das sehr erwünscht und ganz toll, dass es so ist. Und jetzt, wir machen das halt ohne Logo. Wir wollen jetzt nicht unsere Sendungen beantragen, jetzt beim Vorstand, weil wir ja letztendlich völlig unabhängig bleiben müssen und auch kein Mitglied werden dürfen, außer einzelnen Mitgliedern. Die würden eine Freigabe kriegen. Und letztendlich ist es also so, Economy for Mankind passt halt gut zum Corona-Zorn, also zum Zorn bezüglich Coronas. Ja, Angriff, voller Angriff auf die Politik, die genau das zu verantworten hat, zumindest aus Sicht vieler, und auf die Pharma-, Impf- und Test- und Maskenunternehmer, die das zu verantworten haben. Aber die Next Scientists for Future sagen, nein, Versöhnung ist besser. Also liebevoll umgehen, sanft. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Also noch einmal naturwissenschaftlich. Gibt es selbstverständlich schwarze Schafe, die kriminelle Pläne verfolgen? Und vielleicht sind einige, die beteiligt sind bei dem ganzen Corona-Geschehen, wirklich schwarze Schafe. Das hat auch der Doktor der Physik angesprochen. Die gibt es sicherlich. Dass einzelne Schafe da kriminelle Pläne durchziehen, wie sie die Bevölkerung abzocken können. Und so weiter mit dem Corona-Thema. Aber die Mehrzahl der Menschen will ja morgens, wie dieser Doktor der Physik sagte, morgens in den Spiegel schauen können. Und das geht nur, wenn man zumindest in der Illusion lebt, man würde Gutes tun. Das heißt, die Menschen sind, das ist ja die große Entdeckung, eine der großen Entdeckungen vom Weltrat. Und eines der vielen Alleinstellungsmerkmale des Weltrates, den man ja auch verstehen kann, als echte Wissenschaft im Gegensatz zu Pseudowissenschaft außerhalb des Weltrates. So muss man das ungefähr unterscheiden, weil ja der Weltrat auch für eine Wissenschaftsreform plädiert, die aus der Pseudowissenschaft wieder echte Wissenschaften macht und aus den pseudowissenschaftlichen Universitäten auch wieder echt wissenschaftliche Universitäten macht. Aber das liegt ja noch in der Zukunft. Und im Moment beansprucht, also muss der Weltrat und die Next Scientists for Future, die Next Scientists for Future, beanspruchen den Titel Wissenschaft allein für die Next Scientists for Future. Und Unternehmer, ja, also, das ist dieser Zorn und diese Attacke und diese Abteilung Attacke ist zu viel, um gewählt zu werden. Man unterschätzt bei Ökonomie von Mankind die Liebe, die viele Bürger zu ihren bisher von ihnen gewählten Politikern haben. Und dann ist noch mal kurz zu erwähnen, dass man noch mal klar machen muss, die vorteilbringenden Irrtümer der NGOs und der Sozialsparten sind fast noch gefährlicher für uns alle als die vorteilbringenden Irrtümer der Pharma-Impf-Test und Maskenindustrie, ja. Also, diese vorteilbringenden Irrtümer haben unsere ganze Welt durchzogen mit einer mit pseudosozialen Gesellschaften, wo wir Massen an Arbeitslosen haben, Massen an Obdachlosen und 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 lauter Parallelgesellschaften und und Abspaltungen und Verelendungen und Verwahrlosungen haben in der Gesellschaft, je mehr die Sozialspartler sich aufgebläht haben und größer geworden sind. Deswegen, also die vorteilbringenden Irrtümer der Pharma-Impf- und Test- und Maskenindustrie sind unheimlich wichtig, weil sie auch die Gehirne der Politiker infiziert haben mit ihren, mit diesen Killerviren des Geistes, diesen parasitären Memen mit diesen, es ist ein Parasitenbefall, ein geistiger Parasitenbefall, also mit diesen vorteilbringenden Irrtümern und die stammen aus den NGOs, die stammen aus den Sozialsparten, die sind die größte Geisel der Menschheit, kurz danach kommen die vorteilbringenden Irrtümer der Pharma-Impf- Test- Masken- und Medizinsparten. Ja. Und dann die Economy for Mankind, also E4M, die Economy for Mankind, hat halt das große Problem, ich höre ja die Sendung, die Tour durch die Sendung, ich habe die jetzt schon zum dritten Mal gehört, ich werde sie noch zum fünften Mal hören, das gehört zur Sorgfaltspflicht der Arbeit und der Nachbearbeitung, das Geld, das Geld, was dazu führt, dass die Leute ein doppelt so hohes Grundeinkommen bekommen sollen, wie das bisherige Hartz IV und dass jede Pflegekraft und so weiter mehr als doppelt so viel bekommen soll, wie bisher, dieses Geld, das kann nur kommen und muss kommen aus den Gewinnen der Unternehmen und das heißt, dieses Geld geht von den Gewinnen weg und damit von dem Investitionskapital der Unternehmen, aber letztendlich ist das alles das Geld, das bei den Gewinnen verloren geht. Egal, ob die Unternehmer jetzt diese Gewinne verwenden wollen, für privat, in der wenigen Freizeit, den sie haben, da einen privaten Lebensstandard Erhöhung oder ob sie das auf die Seite des Investitionskapitals tun, wo sie dann wieder neue Arbeitsplätze mitschaffen wollen. Das kann man ihnen ja nicht genau voraussagen, was die tun, aber irgendetwas davon tun sie. Und sie müssen sich auch klar sein, auch Großaktionäre investieren ja auch ständig neu. Sie stehen vor der Qual der Wahl, in welches Neuunternehmen investiere ich, wo kaufe ich Aktien und wo riskiere ich eventuell den Totalverlust dieser Aktien, weil dieses Unternehmen pleite gehen wird. Und insofern handelt es sich um die Großinvestoren Deutschlands und der Welt, deren Gewinne, an deren Gewinne wollen wir ran mit der Ökonomie, will man ran mit der Economy for Mankind. Und dieses Geld sozusagen fließt ab, nämlich in dem Moment, wo man die Unterbeschäftigungssteuer auf Seiten von Economy for Mankind einführt. Übrigens alle Sendungen finden Sie auf dem besten Sender, der Playlist 4, am Ende der Playlist 4 von News und Talks, da finden Sie ja immer das aktuelle Fernseh, beste Fernsehprogramm sozusagen, da finden Sie auch die Sendungen von Economy for Mankind, die Sendung 4 und 5, wo es um die Reformen geht, und da finden Sie auch die Unterbeschäftigungssteuer, jetzt schon, da können Sie also schon mal einen Vorgriff nehmen auf die, auf die Tour durch die Sender, ich hoffe, es gelingt mir, Ihre Spannung auf die Tour durch die Sender zu erhöhen, das ist ja wirklich eine total spannende Sendung, je länger die Sendung dauert, desto heißer wird die Diskussion, also die sollte man bis zu Ende schauen, das wird immer besser und immer deutlicher und immer konfrontativer, aber sachlich konfrontativ. Also die Unterbeschäftigungssteuer bedeutet ja, dass die Unternehmen gezwungen werden, im Zweifelsfall auch Mitarbeiter einzustellen, die sie gar nicht brauchen. Das heißt, da geht Geld von den Gewinnen ab und dann außerdem müssen ja die Gehälter mindestens verdoppelt werden, also das heißt, natürlich gibt es dafür einen Ausgleich, nämlich dass dann also bestimmte Steuern verschoben werden. Es gibt nur noch die Unterbeschäftigungssteuer und nur noch die Umsatzsteuer. Insofern wird das dann für die Unternehmen wahrscheinlich nicht auf eine Verdopplung herauslaufen, ganz, aber letztendlich am Ende ist das alles, muss man genau rechnen und am Ende Geld erzeugt sich nicht von selber. Durch Zirkulation wird kein Geld erzeugt. Das ist so die Vorstellung, man lässt was zirkulieren und dann wird was erzeugt. Das erinnert mich an den Corona-Test. Je häufiger zirkuliert wird, desto mehr entsteht künstlich etwas. Aber so ist es beim Geld nicht möglich. Sonst hätte es schon längst die Möglichkeit gegeben, muss man uns mal ganz klar sein, es hätte längst die Möglichkeit gegeben, dass die Unternehmer gesagt haben, ich gebe jetzt meinen Mitarbeitern ein zehnfach höheres Gehalt und dann werde ich selber dadurch reicher. das hat aber noch nie funktioniert. Also neigen die Unternehmer realistisch dazu zu sagen, nee, ich gebe den Mitarbeitern möglichst nur noch ein Zehntel das vorherige Gehalt ist, weil dadurch werde ich reicher. Also das ist, ja, also die Unterbeschäftigungssteuer zwingt die Unternehmen zu erhöhten, ja, zum erhöhten Weggeben ihres Gewinnes in diese Richtung und die Umsatzsteuer von circa 15 Prozent nimmt auch ganz viel dieses Gewinnes weg. Punkt. Und jetzt ist doch nur noch die Frage, lassen sich das die deutschen und weltweiten Unternehmen gefallen? Die weltweiten Unternehmen haben es einfach, die investieren in Zukunft halt in Deutschland gar nichts mehr, sondern lassen das auslaufen in Deutschland und investieren in die anderen 7000 Millionen Menschen, die es auf der Welt gibt. Das sind auch tolle Märkte und da haben sie größere Gewinnspannen also und dadurch verschwinden dann nach und nach viele Arbeitsplätze aus Deutschland und die Frage ist danach, was danach kommt, sind dann wahrscheinlich noch schlechter bezahlte Arbeitsplätze. Also angeblich sind ja die Arbeitsplätze bei Starbucks Coffee nicht besonders gut bezahlt, aber wahrscheinlich im Kaffee um die Ecke sind sie noch schlechter bezahlt, sonst hätte Starbucks Coffee ja nicht so viele Mitarbeiter. also zahl Starbucks Coffee offensichtlich mindestens genauso gut wie jedes andere Kaffee. Ja und dann beim mini bedingungslosen Grundeinkommen, das ja die Next Scientists for Future noch diskutieren, ist es ja schon so, dass man schon auch davon ausgeht und hofft, dass Menschen wie die Katze aktiv werden. Ja, also die Katze, die zu Hause ihr Futter hat, pappsatt ist, die geht trotzdem auf die Jagd, weil sie Spaß an der Arbeit hat, an ihrer Arbeit hat. Ja, aber die Frage ist nicht, könnte es nicht auch sein, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen setzen und nicht einen gewissen Druck von Seiten des Arbeitsamtes haben und nicht diese freundschaftliche Hilfe des Arbeitsamtes von zu Hause abholen und von Arbeitgeber zu Arbeitgeber gehen. Aber wenn man also solche Elemente nicht hat, kann es dann nicht sein, dass sie zwar aktiv werden, aber eher in der Schwarzarbeit oder in der Kriminalität aktiv werden. Kann das nicht sein, dass die gerne dann das mini-bedingungslose Grundeinkommen mitnehmen, weil sie dann eine garantierte Angstfreiheit haben und da ist ja dann auch noch eine neue Rechtsschutzversicherung kostenlos dabei, dann beim Modell der Next Scientist for Future. Aber kann es nicht sein, dass die Leute dann zwar arbeiten, aber in der Schwarzarbeit und in der Kriminalität arbeiten und da ihr Zusatzeinkommen holen? Denn die können ja natürlich dann mehr verdienen, denn es ist natürlich klar, dass jeder Unternehmer natürlich gezwungen sein wird, das Gehalt, wenn jemand zum Beispiel 2000 Euro Gehalt hat, dass er dann davon natürlich das mini-bedingungslose Grundeinkommen und das sind ja auch etliche 100 Euro, davon wird abziehen müssen, denn er muss ja, der Unternehmer muss das ja über seine Steuerleistung im Wesentlich ja bezahlen, das mini-bedingungslose Grundeinkommen und das ist doch klar, dass er und Gott's Werner soll das ja gesagt haben, dass er das selbstverständlich das vom Einkommen dem Zuverdienst bei der Arbeit abgeht und dann sagen sich vielleicht manche ja in der Kriminalität verdiene ich mehr, in der Schwarzarbeit verdiene ich noch mehr und dann sozusagen ja, dann wird es vielleicht einen Boom bei der Schwarzarbeit und der Kriminalität geben durch ein miniaturbedingungsloses Grundeinkommen aber wie gesagt das sind wir gerne bereit in einer Region zu testen auch wenn dann diese Region auch bei einem mini-bedingungslosen Grundeinkommen eventuell dann die ganze Region eventuell dann zumindest mal für 50 Jahre kaputt ist weil es so lange dauert bis die Leute gestorben sind oder 80 Jahre dauert bis die Leute gestorben sind die das bedingungslose Grundeinkommen lebenslang bekommen haben natürlich sollte dann die Regelung so sein dass die 18 Jährigen also die dann die jetzt noch Jugendliche sind dass die in Zukunft kein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen werden sondern nur die Eltern sozusagen nur die ab 18 sonst würde das Experiment ja auf unendlich hinauslaufen dann können wir ja gar nicht mehr zurückrudern ja dann noch so ein ganz anderes Thema mal zwischendurch sollten wir nicht eventuell dazu übergehen dass wir Kinder grundsätzlich erst ab dem 3. 4. 5. jeden Jahr überhaupt medizinisch behandeln ja das klingt jetzt wieder ein bisschen hart aber das ist naturwissenschaftlich eigentlich der einzig richtige Weg jede Eizelle jede befruchtete Eizelle ist ein Experiment wo quasi eine DNS Lotterie stattfindet eine Genomerstellung Lotterie stattfindet und ganz viele dieser Lotterie Ergebnisse sind einfach gar nicht lebensfähig die sind überhaupt nicht lebensfähig würden von der Mutter nach der Geburt in der Natur regelmäßig ausgesetzt werden wenn sie überhaupt so weit kommen dass es zu einer Geburt kommt wenn sie nicht schon vorher abgegangen sind oder und so weiter und spätestens würden sie dann von der Mutter ausgesetzt werden unter Natur Bedingungen weil die dann erkennt dieses Kind wäre eine Belastung für die Gemeinschaft und im Moment passt es nicht und so weiter und wir sollten nicht versuchen klüger zu sein als die Natur also und auch die Mütter dürften dann also für ihr Kind oder bezogen auf ihr Kind und die Mütter würden gehalten zum Beispiel erst ab dem fünften Lebensjahr zum Beispiel den Tod ihres Kindes in die Wohlfühlstimme mit einzubeziehen denn an sich gilt ja für einen gestorbenen Menschen gilt die Wohlfühlstimme sieben also extrem schlecht schlechter als sechs minus also sieben aber die Mutter sollte dann eben erst ab dem fünften Lebensjahr eingestorbenes Kind einbeziehen und ansonsten sollte sie einfach von jeder medizinischen Behandlung Abstand halten und einfach das Kind gesund stillen jahrelang stillen kerngesund ernähren biologisch Gemüse Obst und so weiter Natur belassen und so weiter und ein Kind das diese ersten vier fünf Jahre nicht überlebt das das ist nicht ist nicht hat so Schäden im Genbestand dass es nicht künstlich erhalten werden sollte und dann wenn das Kind irgendwann ab drei vier fünf sechs Lebensjahren eine eigene Persönlichkeit entwickelt wenn es also ein ein Mensch wird im Sinne ich habe ein Lebensinhalte ich habe Hobbys ich habe Ziele ich habe das kann ja auch schon mit drei sein ja oder mit vier aber ab dem Moment da unterstützen wir dann mit Gesundheitsversorgung da helfen wir total ja ab da helfen wir ganz großzügig und so weiter aber vorher vielleicht besser nicht aber das ist nur so ein Tipp von Next Scientist for Future weil es sich nicht bewährt hat überall wo die Menschheit versuchte klüger als die Natur zu sein hat sie sich eigentlich immer nur selbst geschädigt der Untergang des Römischen Reiches ist ein Beispiel dafür da hat man auch irgendwo immer versucht klüger als die Natur zu sein und das ist nicht möglich die Natur ist das klügste was möglich ist ja dazu fällt mir ein dass eben die Natur so klug ist dass immer nur die leistungsfähigsten der jeweiligen Kommune oder Gruppe oder Gemeinschaft Kinder bekommen und nicht die leistungsschwächeren auch da versucht man heutzutage klüger zu sein als die Natur damit wird man sich ruinieren langfristig und sowas kann nur gut gehen solange die gesamte Welt solch einen Fehler macht aber das geht dann auch nicht unendlich gut so noch mal zurück zur Economy for Mankind die Unterbeschäftigungssteuer erreicht Null Arbeitslosigkeit nicht sie will das also ich unterstelle der Economy for Mankind die gute Absicht sie will mit der Unterbeschäftigungssteuer ja Null Arbeitslosigkeit erreichen weil aber da aber erstens die Unternehmer dann einfach zu viele Leute einstellen müssen wo sie gar nicht wissen wie sie die beschäftigen können werden die also arbeitslos bleiben wieder keine Lösung das heißt die Next Scientists for Future haben ja das Rezept dafür mehr Arbeitsplätze zu schaffen wie schaffen die denn ganz viel mehr neue Arbeitsplätze indem sie die höchst unsoziale und pseudolinke Politik des Mindestlohns des Tariflohns und der Gewerkschaften empfehlen abzuschaffen von einem Tag auf den anderen Gewerkschaften schließen die Gewerkschafts Mitarbeiter sollen in der Wirtschaft Nützliches tun kriegen neue Jobs in der Wirtschaft oder werden Mitarbeiter des Arbeitsamtes wenn es sich keiner findet also jeder kommt unter aber Gewerkschaften müssen aufhören wir brauchen nur einen Sozialstaat nicht drei Sozialstaaten und nicht fünf Sozialstaaten wir brauchen nur einen einzigen Sozialstaat und der muss zuverlässig helfen das Mindesteinkommen garantieren egal ob es Mindesteinkommen Hartz IV ist oder Mindesteinkommen mini bedingungsloses Grundeinkommen oder von mir aus auch Mindesteinkommen größeres bedingungsloses Einkommen BGE wobei ich davor warnen würde eben weil es das Gesetz verletzt dass in jeder Gemeinschaft immer nur die kompetentesten die Kinder bekommen sollten das ist ein Naturgesetz und wer das Naturgesetz übertritt der hat halt dann am Ende Pech gehabt das entscheidende ist dadurch dass der Mindestlohn verschwindet und der Tariflohn verschwindet und die Gewerkschaften verschwinden werden neue Niedriglohn Arbeitsplätze möglich und dann werden die Leute und wenn sie nur mir ist es egal auch wenn jemand nur für 10 Cent pro Stunde arbeitet es ist doch viel erfüllender für 10 Cent pro Stunde mitzuwirken an der Gesellschaft und irgendetwas Nützliches zu machen das immerhin gewürdigt wird mit was weiß ich einem Euro pro Tag gewürdigt wird als sich immer wieder klar zu machen ja hoppla eigentlich bin ich ja jetzt gerade ein Schmarotzer ich bin ein Sozialparasit ich helfe nicht mit ich packe nicht an ich bin wertlos ich bin nutzlos für die Gesellschaft jedenfalls das ist damit kann kein Mensch leben ja also das ist warum dann die Arbeitslosen solche Depressionen bekommen so viele Selbstmorde und so weiter weil man damit nicht leben kann wenn man ausgesondert ist auf dem Abstellgleis der Zwangsarbeitslosigkeit ja dann lasst doch die Leute lasst doch die Leute also als ich nach dem Studium nicht sofort einen Job hatte bin ich sofort habe ich mich sofort angeboten habe sofort für null Cent gearbeitet pro Stunde als Psychoanalytiker in einer sozialen Einrichtung ja Psychotherapeut und Psychoanalytiker und irgendwann habe ich Geld bekommen und irgendwann hätte ich auch einen richtigen Dauerjob dort gekriegt aber nur so geht es doch mit 10 Cent pro Stunde anfangen mit 0 Cent pro Stunde anfangen und dann hocharbeiten und so kriegen wir null Arbeitslosigkeit hin und die Unterbeschäftigungssteuer von der Ökonomie von Mankind schafft das eben nicht weil die Unternehmen ja weniger werden die Unternehmer werden sich das nicht gefallen lassen die ausländischen Unternehmen verlassen nach Deutschland wir haben eher weniger Arbeitsplätze da wir dann aber ja weiterhin noch vielleicht Mindestlohn hätten und Gewerkschaften und Tariflöhne gibt es keine neuen Arbeitsplätze dann werden die Arbeitsplätze insgesamt immer weniger und dann haben wir trotz Unterbeschäftigungssteuer haben wir am Ende viel zu wenig Arbeitsplätze und immer mehr Menschen lungern zu Hause rum und fühlen sich wertlos weil sie in der Gesellschaft keinen Nutzen entfalten können denn auch die ehrenamtlichen Einrichtungen haben nur begrenzt Tätigkeitsfelder denn wenn es nach den Next Dientists for Future geht ist es sowieso so dass wir die ganzen Tafeln verbieten dass wir die Unternehmen zwingen die dem Verfallsdatum sich nähernden Lebensmittel sehr viel billiger zu verkaufen sodass wir also Second Hand quasi in den Supermärkten haben überall was ich jetzt schon sehe auch bei Aldi sehe zum Beispiel dass da immer schön kräftig preiswert die verfallenen Sachen werden sehr preiswert angeboten und dass wir jedes Containern und Müll in Müllwühnen verbieten jedes Flaschensammeln verbieten 5 Euro Flaschenpfand für jede Flasche damit das endlich aufhört wir wollen ja am Ende nicht haben diese unsoziale Politik dass am Ende Kinder auf Müll halten leben und wühlen und essen und dann in den Mülltonnen und in Mülleimern rumwühlen und dort essen und irgendwie wollen wir irgendwann wirklich dritte Welt werden hier in Deutschland das ist hochunsoziale und es ist überhaupt keine linke Politik das ist pseudolinke pseudosoziale Politik die wollen wir nicht und und wie gesagt und das bedeutet dass die ehrenamtlichen Einrichtungen weniger werden wir werden wir würden gerne als Next Scientist for Future alle Formen von Kleiderkammern verbieten und so weiter sondern die die Kleidung der Kleiderkammer läuft in Second Hand Läden wo die die Empfänger des mini bedingungslosen Grundeinkommens oder das mini Hartz IV für ein paar Cent hervorragende Kleidung bekommen dieses total geschenkt also im Moment kann ja jeder der Hartz IV bekommt sich ja quasi jede Woche beschenken lassen mit Massen an guten Kleidungsstücken ja und was braucht der Mensch außer gesunde Ernährung und schöner Kleidung braucht er doch nichts ja und das gibt das alles bisher kostenlos in den Kleiderkammern das wissen die meisten Bürger gar nicht dass 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 einem nichts fehlt wenn wenn man Hartz IV bekommt dass man regelrecht verwöhnt wird von allen Seiten mit Geschenken ja und sozusagen also eins muss ganz klar sein alles muss über Second Hand Läden laufen ja und da bei den Next Scientists for Future sowieso das Recht auf Wohnungen existiert und die Wohnungen ja voll möbliert sind und nur die Bewohner nur wenn etwas kaputt geht Anteile an diesem Schaden bezahlen müssen damit sie nicht leichtfertig mit diesem Möbelstück umgehen stellen sich vor jemand macht den Kühlschrank kaputt wobei ich übrigens empfehle dass man den gar nicht braucht ich arbeite im Moment eigentlich habe ich im Kühlschrank nur noch na gut ich habe da noch Ingwer ich habe da noch Kurkuma im Kühlschrank ich habe die Nahrung also Vitamin D3 K2 im Kühlschrank ich habe Leinöl im Kühlschrank das war's schon Vitamin B12 im Kühlschrank obwohl man das wohl nicht im Kühlschrank lagern muss aber das war's mehr habe ich nicht mehr im Kühlschrank denn das Vitamin D3 das DHA EPA Omega 3 Algenöl habe ich das kann ich nicht im Kühlschrank das klumpft klumpft dann die Öle habe ich im Schrank also das heißt aber trotzdem würde ich den Kühlschrank nicht gerne missen aber eigentlich käme ich mit einer Kühlbox aus also ich bräuchte eigentlich nur eine winzige Kühlbox denn ich kaufe jeden Tag alles frisch ein und das können Sie ja nachlesen beim Forum Gesundheitstipps und Neues das finden Sie ja alles wenn Sie auf die Homepage nextscientistsforfuture.de führen wenn Sie dann dem Link folgen Live Ticker dann finden Sie alles dann sind Sie auf dem Forum und können dann im Forum rumklicken und dann sind Sie bei Gesundheitstipps und Neues und dann erfahren Sie warum ich nur noch jeden Tag einmal einkaufe und einmal am Tag esse Punkt dafür brauche ich eigentlich nur noch eine kleine Kühlbox aber stellen Sie sich vor jemand macht den Kühlschrank kaputt dann dann muss er ja sich beteiligen und das mit einem mini bedingungslosen Grundeinkommen und mini Hartz IV ist schon hart da muss er halt mal eine Zeit lang Kartoffeln essen wissen Sie wie spottlich Sie sich mit Kartoffeln ernähren können ich glaube da kriegen Sie so eine Packung so für ein zwei Euro da können Sie eine ganze Woche Kartoffeln essen von da werden Sie auch satt das ist natürlich vom Vitaminstandard vielleicht nicht mehr das Ideale aber wenn Sie den Kühlschrank kaputt gemacht haben ist das die dazu passende Konsequenz die Menschen müssen ja auch Konsequenzen spüren ja aber das wird dann das Wohnungsamt so machen dass das dann jeden Monat vielleicht fünf Euro abgezogen werden oder zehn Euro abgezogen werden jeden Monat vom vom Mini BGE oder vom Mini Hartz IV das ist so wäre so unsere Empfehlung aber erst langfristig erst wenn alle in Arbeit sind erst wenn alle in Arbeit sind schrauben wir Hartz IV und das bedingungslose Grundeinkommen runter sozusagen erst wenn alle in Arbeit sind also wir machen es nicht so dass wir das Hartz IV runterschrauben bevor alle in Arbeit sind sondern erst nachdem die Arbeitsamtreform gegriffen hat und alle in Arbeit sind dann erst fahren wir Hartz IV runter dann betrifft das nämlich nur noch ganz selten überhaupt jemanden also es betrifft dann fast niemanden mehr ja und generell durch die durch die Unterbeschäftigungssteuer und die Umsatzsteuer der Economy for Mankind sinkt also die Zahl der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze es sei denn sie machen es wie die Next Scientist for Future und schaffen die Gewerkschaften die Tariflöhne und die Mindestlöhne sofort ab ja und dieses Weniger am Arbeit was aber bei Economy for Mankind und der Unterbeschäftigungssteuer auf jenen Fall geschieht ist dass die Arbeitsplätze schlechter bezahlt sein werden weil ja alle guten Unternehmen wie BMW Mercedes und VW dann Deutschland verlassen haben ja also jedenfalls die Großaktionäre alle Deutschland verlassen die werden alle einen neuen Wohnsitz in der Schweiz haben oder sonst woanders ja und 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 werden werden überall auf der Welt gibt es schöne Plätze und dadurch können sie da versteuern so viel sie wollen Umsatzsteuer oder was versuchen da ist dann nichts mehr und wenn dann die Produktionsstätten aufgrund des Wunsches der Großaktionäre ins Ausland verlagert worden sind dann ist alles weg dann sind die Arbeitsplätze weg und dann gibt es keine Arbeitsplätze wo sie so viel Geld kriegen wie Top-Leute bei Mercedes-Benz im Moment Geld kriegen das kriegen sie nicht mehr woanders und insofern würde also das Lohnniveau sinken durch Economy for Mankind und ja und aber ich sage nochmal es ist ja ein verständlicher Zorn den auch Economy for Mankind auf diese gesellschaftliche Situation hat und die ganzen Missstände aber wie gesagt Politik aus dem Zorn heraus zu machen ich fürchte das geht schief und dann hat Economy for Mankind behauptet die Chinesen würden quasi die deutschen Unternehmer und die Großaktionäre die Milliardäre und die Produktionsstraßen von quasi der deutschen Top-Unternehmen ablehnen ich kann mir schlecht vorstellen dass China Mercedes-Werke und Mercedes-Eigentümer Großaktionäre dass die die als Bürger ablehnen würden das kann ich mir nicht vorstellen die würden sagen juhu wir haben einen riesen Erfolg beim Braintrain zu verzeichnen die klügsten Wirtschaftsköpfe Deutschlands kommen zu uns wir haben beim Braintrain einen wahnsinnigen Erfolg erzählt die Mercedes-Eigentümer BMW und VW Eigentümer kommen zu uns und bringen ihre Produktionsmaschinerie mit wir stellen den Werkhallen zur Verfügung und die bauen ihre Produktionsstraßen auf und so weiter ja also die werden jubeln die Chinesen oder die Amerikaner ja wenn Mercedes-Benz Mercedes-Benz und BMW in 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 Amerika ihren Hauptsitz haben und dort ihr Leben verbringen ja das wird ein Jubeln bei den Amerikanern man hat dann nicht mehr die Einfuhr dass Probleme dass BMW VW und Mercedes ihre Autos ständig in die USA einführen nein die werden die USA Leute kriegen die ganzen Arbeitsplätze das wäre das wäre ein Riesenerfolg für den zukünftigen Präsidenten dann Biden oder so ja also ich denke die nehmen die nehmen Mercedes und BMW und VW mit Kusshand vor allem auch die Arbeitsplätze und alle hochqualifizierten Arbeit Mitarbeiter von Mercedes die des BMW des BMW werden mitgehen weil sie genau wissen dass sie in Deutschland gar keinen ähnlich hochdotierten Arbeitsplatz jemals wieder finden werden weil dann ja alles weg ist in Deutschland und dann ist Deutschland ein bettelarmes dritte Weltland ja dann wird die 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 quasi economy for mankind verspricht 2000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen und jeder Pflegekraft und jedem Mitarbeiter überall mindestens doppelt so hohes Einkommen stattdessen werden alle leben müssen mit der Hälfte der Hälfte sozusagen dass statt dem bedingungslosen Grundeinkommen von 2000 wird das Hartz IV runterschrumpfen auf 500 Euro oder 300 Euro und die die Pflegekraft die also was weiß ich bisher mit 2000 Euro leben musste die wird dann mit vielleicht mit 800 Euro leben müssen wir werden Zustände haben wie in Rumänien und wie in der dritten Welt ja ja also noch einmal Ökonomie von Mankind das ist die Quadratur des Kreises es ist der Gedanke ich setze die Löhne rauf und daraus resultiert am Ende mehr Gewinn für die Unternehmer wie soll das bitte schön kommen Evolutionsbiologen Naturwissenschaftler sind die strengsten Ökonomen die es gibt in der Evolution stirbt ein Tier aus wenn es auch nur zwei Gramm systematisch zwei Gramm weniger Ressourcen gewinnt als ein anderer Organismus dann bleibt der andere übrig und der mit den zwei Gramm weniger Ressourcen stirbt aus wie soll das geschehen und ich möchte das Unternehmen sehen das durch Löhne raufsetzen jemals mehr eigenen Gewinn erzielt hat die Illusion der Kaufkraft ist das wohl wenn ich die Kaufkraft erhöhe aber für ein Unternehmen ist es doch völlig sozusagen wenn jetzt Mercedes Autos herstellt dann ist es doch ganz klar dass Mercedes den Wunsch hat dass die Löhne der Mitarbeiter so gering wie möglich sein mögen denn dann kann Mercedes die Autos zu einem günstigeren Preis verkaufen verkauft mehr davon und Mercedes reichen doch 7000 Millionen Menschen in aller Welt die einen Mercedes kaufen wollen wozu braucht es die 500 Mitarbeiter die bei Mercedes arbeiten oder die 1000 oder 5000 Mitarbeiter die bei Mercedes arbeiten die braucht es doch 7000 Millionen Kunden in aller Welt zur Verfügung und dann ist es doch betriebswirtschaftlich immer nur sinnvoll natürlich die Mitarbeiter so gering zu bezahlen dass die nach Möglichkeit sich gar keinen Mercedes leisten können aber 7000 Leute 7000 Millionen in der Welt davon gibt es 1000 Millionen eine Milliarde Menschen die können sich locker einen Mercedes leisten und die reichen doch Mercedes vollständig als Kunden aus also diese Idee dass ich die Kaufkraft der Bevölkerung Mercedes das darf Mercedes nicht interessieren wenn die überleben wollen auf dem Weltmarkt dann darf sie das niemals interessieren die müssen sagen ich gebe meinen Mitarbeitern so wenig wie möglich Kaufkraft weil ich dann die Preise für Mercedes senken kann und dann kann Mercedes auf dem Weltmarkt BMW aus konkurrieren oder Audi also Illusion ja na gut also es geht letztendlich um die Entscheidung Economy for Mankind das bedeutet Abteilung Attacke versus Next Scientist for Future Abteilung Liebe Liebe liebevolles freundschaftliches umgehen die berechtigten Ansprüche und auch finanziellen Ansprüche der bisherigen Politiker anerkennen ihnen das zu gönnen sie auszubezahlen und dann in der Koalition das okay zu bekommen dass sie einer Demokratisierung Deutschlands zustimmen bei der mehrere Dinge wegfallen Parteispenden wird es nie wieder geben Lobbyisten Besuche wird es nie wieder geben Aufträge gut bezahlte Redner Aufträge von irgendwelchen Unternehmen wird es nie wieder geben können und es wird auch nie wieder Jobs nach der Politik in der Wirtschaft geben gut bezahlte Jobs in der Wirtschaft wird es nie wieder geben das müssen wir ihnen fair ausgleichen da müssen uns die anderen Parteien sagen was sie da brauchen an Geldern was sie brauchen damit sie sich fair ausgeglichen fühlen denn diese Leute haben sich auf eine politische Karriere eingelassen mit einer bestimmten Gewinn und Karriere Erwartung und die können wir nicht einfach wegnehmen die dürfen wir nicht einfach stehlen einfach so sondern da gibt es sozusagen ja was wie ein berechtigtes Recht auf Besitzstandswahrung ich nenne es jetzt mal laienhaft so ja und das müssen wir ihnen einfach gönnen und da dürfen wir nicht neidisch sein sondern die kriegen eine fürstliche Ausbezahlung und wir können dann immer noch so vorgehen Schluck Wasser dass wenn jedes Mal wenn ein Politiker in den Ruhestand geht dass sein Posten seine sein Abgeordnetenplatz nicht mehr besetzt wird dadurch sparen wir dann die Gelder wieder ein die wir jetzt da so in großer Höhe ausgeben mussten aber nur über diesen Weg der Liebe geht es über den Weg der Attacke der Feindschaft des Hasses des Rauskickens und so weiter so geht es aus unserer Sicht nicht aber wir schätzen das Duell mit Gemeinwohl Ökonomie mit Bedingungslosen Grundeinkommen mit Ökonomie von Mankind und noch weiteren externen Reformen wir schätzen das sachliche Duell auch wenn wir klar sagen dass wir meinen dass es strategisch so nicht der richtige Weg ist Ökonomie von Mankind will auf die Vorteile der Arbeitsteilung verzichten beim Politik System also diese es ist ja zur Zeit eine Riesen Mode diese sogenannten gelosten Bürgerräte Bürgerversammlungen Bürger Parlamente wie es die Ökonomie von Mankind nimmt das ist die Frage ist es gut wir haben ja schon oft diskutiert wir haben ja schon oft gesagt eigentlich ist ja das ganze Problem erst entstanden durch die Erfindung von Tauschhandel und Markt und was bedeutet Tauschhandel und Markt Tauschhandel und Markt hat in sich eingeschlossen Arbeitsteilung und Spezialisierung denn warum soll ich etwas tauschen wenn ich alles selber herstelle also tauschen kann ich doch nur wenn ich Spezialist bin oder arbeitsteilig etwas mache also Tausch die Erfindung von Tausch und Markt schließt Arbeitsteilung und Spezialisierung ein und die Frage ist ja wollen wir darauf verzichten oder wollen wir das System so machen dass Tausch dass Arbeitsteilung und Spezialisierung unschädlich werden und das ist ja der Ansatz der Next Scientist for Future also im Moment tendiere ich mal ganz vorsichtig Schluck Wasser dazu dass wir auf die Vorteile von Arbeitsteilung und Spezialisierung nicht ohne Not verzichten sollten und bei der Politik drauf zu verzichten bedeutet dass man am Ende in der Politik überhaupt keine Spezialisten mehr hat und keine arbeitsteiligen Spezialisten mehr hat und das ohne Not Ja Ja Wir wollen nicht Experten abschaffen sondern wollen sie nur von schlechten Experten zu guten Experten verwandeln und das geht über die Wohlfühlstimme das geht über die Vorwahlensysteme wir haben mehrere Techniken mit denen wir aus schlechten Experten gute Experten machen aus Spezialisten schlechten Spezialisten gute Spezialisten machen aus schlechten arbeitsteiligen Spezialisten gute arbeitsteilige Spezialisten machen Die Parteien werden durch die Wohlfühlstimme von selbst darauf unheimlich darauf achten dass in den Parteien nur noch Leute gewählt werden hochkommen die überlegene Kompetenz haben von den externen Reformern lernen zu können und dann ein Land zu regieren also stellen sich an stellen sich vor im Moment ist es so wenn sie ein Bundesland regieren als Ministerpräsident dann wird niemals aufgedeckt ob sie der Bevölkerung geschadet haben oder genutzt haben das wird niemand jemals herausfinden können jeder einzelne Wähler wird sagen können ja irgendwie mir geht es so und so aber er wird nie trennen können ist das jetzt das Weltgeschehen weswegen es mir schlechter geht die Weltwirtschaftslage ist es die bundesweite Wirtschaftslage weswegen es mir schlechter geht oder ist es die Politik meines Ministerpräsidenten der mir geschadet hat das wird man nie herausfinden können und aber bei der Wohlfühlstimme kann man das jeden Tag beim Bundeswahlleiter man würde auf seinem Rechner die Seite des Bundeswahlleiters immer offen haben würde gucken wir haben sich heute die Wohlfühlstimmen der Bürger meines Bundeslandes verschoben meiner Kommune in der ich lebe verschoben und wir haben die sich verschlechtert oder verbessert und wähle ich in Zukunft so eine Partei nochmal und dann wird die Partei ihre besten Leute in die Bundesländer schicken immer wieder die besten Parteimitglieder in die Bundesländer schicken die gerade regieren ja wo gerade ihre Partei mit regiert oder regiert denn wenn die Wohlfühlstimmen schlechter werden gibt es für die gesamte Partei keine Zukunft mehr und diese neue dieser neue Filter führt dazu dass aus bisher problematischen Experten und Spezialisten für Politik extrem gute Experten und Spezialisten für Politik resultieren besonders wenn man vielleicht wirklich es so macht dass im Vorwahlensystem jedes Jahr neue Herausforderer kommen und dann wir quasi einen neuen Kanzler bekommen und damit auch neue Parteien dahinter bekommen sozusagen die dann letztendlich nichts mehr im Vorwahlensystem haben die ja dann nichts mehr zu sagen die Parteien die sind ja dann entmachtet sozusagen weil es nur noch um die neuen Kanzler geht dann und die sich dahinter stellenden Parteien da entscheidet dann der Kanzler wenn ihm was an der Partei nicht passt dann distanziert er sich von dieser Partei dann ist es auch wieder uninteressant oder er zieht eben Leute aus der Partei mit dazu und besetzt mit diesen Leuten die Ministerämter und so weiter aber das entscheidet der neue Kanzler entscheidet wen er sich als Minister aus welcher Partei holt der kann sich auch aus ganz anderen Parteien Minister holen weil am Ende ist nämlich der Kanzler gewählt worden und nicht die Partei während heute ist es ja so die Partei ist gewählt worden und die hat den Kanzlerkandidaten gewählt in Zukunft beim Vorwahlensystem ist es genau umgedreht da wählt man jemanden zum Kanzler und der wählt sich aus allen Parteien und aus allen Bürgern seine Minister aus der muss also dann gar nicht auf die Parteien zurückgreifen die Parteien sind sowas wie Freundeskreise oder Fanclubs eines Kanzlers dann in Zukunft einer Kanzlerin also das heißt durch die Wohlfühlstimme kriegen wir auch so Null Lobbyismus durch das Vorwahlensystem kriegen wir auch so Null Lobbyismus da wir müssen also nicht auf die Spezialisierung oder den positiven Wert von Spezialisierung und Arbeitsteilung verzichten nur um echte Demokratie zu kriegen also das Bürgerparlament von Economy for Mankind verzichtet also aus unserer Sicht ohne Not ohne zwingenden Grund auf die Vorteile von Spezialisierung Expertentum und Arbeitsteiligen Systemen und das wird uns zurückwerfen weil die politischen Entscheidungen der Bürgerparlamente viel schlechter sein werden als die die sich mit der Zeit bilden mit dem Wohlfühlstimmensystem der Next Scientist for Future oder dem Vorwahlensystem der Next Scientist for Future dann noch ein kurzer Hinweis das wilde Schaf die Sendung die neue Tagesschau quasi von Ovalmedia hat zwei interessante Gedanken gedacht ja viele haben jetzt mehr auf der Hüfte durch Corona ich habe gerade 18 Kilo abgenommen durch die neue Technik also gehen Sie auf die Homepage Next Scientist for Future klicken Sie den Live Ticker an klicken Sie im Forum auf Gesundheitstipps und Neues und studieren Sie genau die kostenlose perfekte Abnehm Technik und dann kriegen Sie die Kilos wieder runter von der Hüfte und werden kerngesund und Vitamin D wurde thematisiert es wurde so gesagt Studien hätten ergeben wobei ich ja keiner Studie glaube die ich nicht selbst gefälscht habe keiner Statistik und keiner Studie glaube die ich nicht selbst gefälscht habe an einer pseudowissenschaftlichen Universität die mir diese Fälschung erlaubt und gestattet problemlos also diese Studien haben nochmal behauptet und ich nehme ja brav meine zwei Tröpfchen ein bis zwei Tröpfchen Vitamin D3 K2 jeden Tag aber sozusagen da wurde behauptet die Studien hätten eindeutig ergeben dass man Corona viel leichter überlebt mit Vitamin D3 aber war interessant ich habe sie mir natürlich nicht ganz angeschaut die Sendung aber so das war es mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau und diese zweiten dritten Nachlese das war jetzt schon die mehrfache wir sind ja bei den Nachlesen denn ich kann ja die Tour durch die Sender 1 ja schon immer schauen ja weil ich ja wir haben ja unseren eigenen Schnitt davon sozusagen und wir warten alles sehnsüchtig auf den herstellenden Sender also auf den einladenden Sender dass der endlich seinen Schnitt veröffentlicht ja und wie gesagt ich hoffe dass die Basis und die ja also ich will es mal so sagen die Basis verliert im Moment viel Energie für den Wahlerfolg bei der Sammelklage und bei der Klage jetzt für Dr. Wolfgang Modak und so weiter und die wir 2020 EU hat unheimlich viel Energie verloren durch die Corona Infotour mit Dr. Schiffmann wobei ich ja noch nicht immer noch nicht weiß ob Dr. Schiffmann sich nicht doch am Ende eher für wir 2020 DE entscheiden wird und die Eva Rosen hat sich jetzt für die Frau mit Miriam Hope für die Frauen Bustour entschieden und da geht ganz viel Energie drauf und diese Energie wird am Ende beim Wahlkampf fehlen und am Ende wird es so sein dass sich alle Parteien eventuell kaputt machen denn eventuell sind dann bei der Basis und bei wir 2020 EU die größeren Promis die im Moment sieht es ja danach im Moment aus die kriegen vier Prozent jeweils vielleicht kriegt die Basis vier Prozent die wir 2020 EU kriegen vier Prozent Prozent und die wir 2020 die kriegen auch nur vier Prozent weil sie nur die guten Reformen haben aber keine Promis und dann am Ende werden 16 Prozent der Widerstimmen tot sein verschwunden sein wertlos sein und Söder zieht die Zügel noch strenger an das wird das Ergebnis sein also deswegen bitte die Tour durch die Sender ist die unsere einzige Chance das ist das richtige Format aus wissenschaftlicher Sicht jetzt alle an einen Tisch zu bringen auch die andere Seite zu hauen oder so ähnlich heißt es glaube ich oder oder bitte wir wollen nicht denselben Fehler machen nicht sozusagen immer nur sozusagen Drosten Wieler und Lauterbach hören sondern wir wollen bitte schön Bhakti Wodak und Schiffmann hören und das ist die Tour durch die Sender und die macht das und bitte alle Sender liebe ich habe heute mit zwei Sendern telefoniert bitte macht die Sendungen zwei und drei das ist das Format der Zukunft ja das war's für diese wissenschaftliche Tagesschau heute die eigentlich im Moment eine wir 2020 Berichterstattung ist ja tschüssi bis bald Zeit bis bald